In Thüringen steht gerade ein sehr konservatives Bündnis zwischen CDU und AfD und die beiden stimmen jetzt gemeinsam ab. Den CDU-Landespolitikern ist die Brandmauer nämlich mittlerweile vollkommen egal und deswegen drehen die Linken jetzt komplett durch. Ramelow selber spricht von einem Pakt mit dem Teufel und dabei liegt der Skandal ganz woanders. Alle Details in diesem Video, los geht's! Ein Jahr vor den Landtagswahlen brechen in Thüringen jetzt alle Dämme. Die CDU ist nämlich von den linksgrünen Parteien maßlos enttäuscht und arbeitet jetzt offiziell mit der AfD zusammen. Es entsteht ein konservatives Bündnis und die Brandmauer von März ist der Thüringen-CDU mittlerweile vollkommen egal. Schauen wir uns mal den konkreten Fall an, um den es hier geht, bevor ich dann auf die Folgen zu sprechen komme und dann auch noch den eigentlichen Skandal offenlege. Die CDU hatte nämlich vor zwei Jahren bereits konkrete Pläne zur Senkung der Grunderwerbsteuer vorgelegt. Die Steuer soll von 6,5 auf 5 Prozent gesenkt werden, um damit Familien beim Hauskäuf zu entlasten. Und die linke Minderheitsregierung von Bodo Ramelow hält aber nichts von diesen Steuersenkungen und mauert ohne Ende. Und das ist doch klar, ja? Die Linken sind nie für Steuersenkungen. Die wollen immer nur kassieren und umverteilen. Wenn eine Steuer mal eingeführt wurde, dann machen die Linken die nie wieder rückgängig. Aber jetzt, nach zwei Jahren, hat die CDU einfach die Nase voll und die wollen das Gesetz zur Steuersenkung durchbringen. Und sowohl die AfD als auch die FDP hat dafür gestimmt und zusammen hatten alle drei Parteien eine Mehrheit und konnten das Gesetz gestern durchbringen. Ja, und deswegen gehen die Linken jetzt komplett auf die Barrikaden und schäumen vor Wut. Die Bild-Zeitung schreibt, brisanter Streit in Thüringen. Stimmt die Höcke-AfD plötzlich mit der CDU? Entsprechend wütend sind Linke und Sozialdemokraten. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung vom Ministerpräsidenten Bodo Ramelow spricht jetzt von einem Pakt mit dem Teufel. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Mast verärgert zur Bild, die CDU in Thüringen will allen Ernstes gemeinsame Sache mit der rechtsextremen Höcke-AfD machen und CDU-Chef Merz schaut zu, ausgerechnet mit Leuten wie Höcke, die immer offen mit Nazi-Slogans hausieren gehen. Tja, jup, genau so sieht es aus. Die CDU macht jetzt gemeinsame Sache mit der Höcke-AfD und die Linken können rein gar nichts dagegen machen. Es entsteht jetzt ein konservatives Bündnis von CDU, AfD und FDP und der Fraktionschef der CDU fasst das sehr gut zusammen. Er sagt, wir können die Entlastung für Familien notwendiger Absenkung der Grunderwerbssteuer auf einem Niveau wie des Bundeswahlstandes nicht deshalb von der Tagesordnung nehmen, weil die Falschen wohlmöglich unsere Initiative unterstützen können. Wenn wir Sachentscheidungen davon abhängig machen, ob die AfD mitstimmt, können wir politisch einpacken. Tja, und genau so sieht es nämlich aus. Die AfD steht mittlerweile bundesweit bei 22 Prozent und in einigen Bundesländern sogar bei über 30 Prozent. Die Strategie der Brandmauer gegen die AfD funktioniert einfach nicht mehr. Stigmatisierung und Ausgrenzung führen genau zum Gegenteil. Die AfD wird dadurch immer stärker. Tja, und irgendwann ist die Brandmauer auch vollkommen egal, weil die AfD dann so groß ist, dass sie sogar alleine die Regierung stellen könnte. In Sachsen ist die AfD ja mit 35 Prozent schon sehr, sehr nah dran. Tja, aber wisst ihr, was ja der eigentliche Skandal in Thüringen ist? Und zwar, der eigentliche Skandal ist der Ministerpräsident Bodo Ramelow selber. Ramelow ist nämlich der allergrößte Lügner und Heuchler überhaupt. Ramelow ist unrechtmäßig und völlig undemokratisch an die Macht gekommen und heult jetzt rum ohne Ende. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Ministerpräsident, der illegal an der Macht ist, beschwert sich jetzt über demokratischte Abstimmungsgesetze? Also ich glaube, der tickt nicht richtig. Also dieser Typ ist wirklich der allerletzte. Weil ihr erinnert euch doch sicherlich alle noch an den richtig krassen Wahlbetrug in Thüringen 2019. Damals wurde ja der FDP-Politiker, Herr Thomas Kemmerich, mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsident gewählt. Und das war natürlich für die ganz Linksgrünen ein riesengroßer Skandal. Und sogar Angela Merkel forderte damals, dass diese demokratische Wahl rückgängig gemacht werden muss. Das muss man sich mal vorstellen. Und das wurde sogar gemacht. Es gab dann Neuwahlen zum Ministerpräsidenten. Und der linke Bodo Ramelow wurde neuer Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung. Aber Ramelow hatte damals ganz hoch und heilig versprochen, nur ganz, ganz kurze Zeit im Amt zu bleiben. Und so schnell wie möglich Neuwahlen durchwühlen zu lassen. Tja, aber diese Neuwahlen hat es bis heute immer noch nicht gegeben. Vier Jahre später, ja. Ramelow hat damals einfach massiv gelogen und ist immer noch im Amt. Und das, meine Lieben, ist für mich der riesengroße Skandal in Thüringen, ja. Zuerst wird eine demokratische Wahl eines Ministerpräsidenten rückgängig gemacht. Und der darauf folgende illegale Ministerpräsident sagt, er verspricht, er führt Neuwahlen durch, was er aber nie im Leben macht, ja. Das ist wirklich pure Machtgier und Geldgier, Sondergleichen. Tja, und dann wundern sich die Altpolitiker wirklich allen Ernstes, dass die Thüringer Bürger sauer über diesen Skandal sind und jetzt die AfD bei 32 Prozent steht. Tja, das völlig undemokratische Verhalten der Altparteien genau dazu geführt. Aber anstatt sich für diese große Heuchlerei von damals zu entschuldigen und aus ihren Fehlern zu lernen, machen die Altparteien jetzt ganz genauso weiter. Jetzt beschweren sie es sogar über die demokratischen Abstimmungen zu Steuersenkungen, ja. Unglaublich. Also diese grünen, linksgrünen Parteien sind wirklich das allerletzte und die größten Heuchler von Thüringen. Sich selber völlig undemokratisch verhalten und sich dann auch zusätzlich über unsere Demokratie beschweren, ja. Das ist doch einfach nur noch krank und für unsere Demokratie in unserem Land völlig unwürdig. Tja, und die Altparteien, ja, und die Politiker von denen, die merken es noch nicht mal, welchen Stuss die erzählen. Hier, jetzt noch ein krasses Beispiel für Stuss, ja, bezüglich der aktuellen Abstimmung der Steuersenkungen in der FAZ. Die SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt bezeichnete das Abstimmungsergebnis in Thüringen als einen Sündenfall für die Demokratie. Die CDU müsse diesen Kurs stoppen, damit Thüringen und Deutschland keinen Schaden nehmen, fordert die SPD-Fraktion zur Stimme Landtags Sachsen-Anhalt Katja Pehle am Donnerstag. Nein, Frau Katja Pehle, du redest kompletten Schwachsinn. Das, was ihr damals 2019 in Thüringen gemacht habt, das war ein Sündenfall für unsere Demokratie. Genau das hat riesengroßen Schaden für Thüringen und Deutschland angerichtet, ja. Euer völliges antidemokratisches und illegales Verhalten bei der Ministerpräsidentenwahl und die spätere Lüge von Ramelow zur versprochenen Neuwahl. Also, Frau Pehle, bevor du hier solchen Schwachsinn redest, ja, solltest du dich mal an die eigene Nase fassen und dafür sorgen, dass endlich diese illegale Regierung in Thüringen aufgelöst wird. Tja, und an der Abstimmung in Thüringen, wie sie jetzt gelaufen ist, kann man noch etwas weiteres ganz deutlich sehen. Und zwar, dass Friedrich Merz seine Partei, die CDU, nicht mehr unter Kontrolle hat. Merz spricht ja immer von einer Brandmauer gegen die AfD auf Bundes- und auf Landesebene. Aber gerade jetzt hat die CDU ja ein konservatives Bündnis aus AfD, CDU und FDP gebildet und bringt gemeinsam in Thüringen Gesetze durch. Aber nicht nur in Thüringen, sondern auch auf Bundesebene. Eventuell ist euch ja das Verhalten der CDU bei der Generaldebatte vor zwei Wochen im Bundestag aufgefallen, ja. Dort hat nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede gehalten und er hat die AfD in seiner Rede beleidigt als Abbruchkommando für unser Land. Tja, und als Olaf Scholz das gesagt hat, hat der ganze Bundestag dafür applaudiert. Natürlich mit Ausnahme der AfD und mit Ausnahme der CDU. Die haben auch nicht geklatscht. Schaut euch mal diesen Ausschnitt an. Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbsternannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist. Ein Abbruchkommando für unser Land. Also die CDU klatscht jetzt keinem Beifall mehr, wenn die linken Parteien die AfD beleidigen? Warum nicht? Wieso ist das so? Tja, das kann ich euch ganz klar sagen. Die CDU hat jetzt nämlich verstanden, dass sie komplett untergehen werden, wenn sie sich nicht mittel- oder langfristig mit der AfD zusammentun werden. Die CDU wurde nämlich damals unter Angela Merkel extrem weit nach links geführt, sodass sie jetzt komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Vor allen Dingen, nachdem die AfD so dermaßen stark wird. Die CDU hat einfach nichts mehr zu melden. Die CDU verschwindet komplett in der Versenkung und die können das nur aufhalten, wenn sie jetzt ein konservatives Bündnis mit AfD und FDP eingehen. Und genau das machen sie jetzt auch, peu a peu. Genau deswegen klatscht sie jetzt nämlich nicht mehr beim AfD-Bashing im Bundestag mit. Und genau deswegen stimmt die CDU jetzt auch gemeinsam mit der AfD in Thüringen ab. Die CDU nähert sich jetzt immer weiter der AfD an und Friedrich Merz kann absolut nichts dagegen machen. Und meine Prognose ist deswegen, wir sehen jetzt schon die ersten Ansätze der Zusammenarbeit von CDU mit AfD. Und nächstes Jahr wird dann in den neuen Bundesländern gewählt. Die AfD wird dort die Wahlen gewinnen und dann werden wir auch dort das erste konservative Regierungsbündnis zwischen AfD und CDU sehen. Und 2025 werden wir dann endgültig dasselbe auch auf Bundesebene sehen. Wir werden also endlich wieder eine konservative Regierung in unserem Land bekommen, die für unser Land und für unsere Bürger regiert und nicht gegen unsere Bürger. Die linksgrünen Parteien können endlich einpacken und kommen hoffentlich nie, nie wieder.